Hallo Welt, hallo Terrarienfreunde, heute eine Artenbestimmungshilfe für Landeinsiedlerkrebse. Kurze Info vorab, Landeinsiedlerkrebse teilen sich in zwei Gattungen auf, Koenobita und Birgus. Es soll 16 Koenobita-Arten geben, der Birgus latro ist der einzige seiner Art. Sämtliche Unterarten oder Variationsangaben sind meist von Händlern erfunden. Es gibt keine registrierten und bestätigten Unterarten oder Sub-Species. Es gibt also kein Zebra Sunset oder Speck Blue und dergleichen. Meist wird nur die Panzerfarbe beschrieben, da die Artenbestimmung nicht einfach ist. Ich beginne mal mit dem Brevi Manus, der ist in Europa und auch in Deutschland sehr weit verbreitet und man kann ihn sehr leicht bestimmen. Die Augen des Brevi Manus sind nämlich von denen anderer Arten sehr einfach zu unterscheiden. Man kann sich hier vereinfacht merken, runde Augen auf Stiel. Die Augenstiele sind durchgehend der Körperfarbe angepasst. Das sieht man hier ganz gut, haben dieselbe Farbe wie der Körper und sind sehr lang und eher dünn. Die Augenstiele der anderen Landeinsiedlerkrebsarten sind eher V-förmig. Die Augen hier beim Brevi Manus selber sind rund, wie schon erwähnt, und haben eine schwarze Farbe. Die äußeren und inneren Fühleransätze haben hingegen die gleiche Farbe. Sie sind orange-braun. Hier erkennt man mal gut das vierte und auch das fünfte Beinpaar. Außerdem gut zu erkennen das Abdomen. Was man noch sagen kann zum Brevi Manus, er ist die größte Landeinsiedlerkrebsart, die es gibt. Der Brevi Manus hier ist noch recht jung, bedeutet er wird auf jeden Fall noch ein gutes Stück größer werden. Was man noch zu der Farbvariante sagen kann, ist, den Brevi Manus kann man recht deutlich anhand seiner Farbe erkennen. Das ist recht hilfreich. Sie können nämlich rosa-braun bis lila-braun sein. Man kann gut sehen, dass hier auch die helleren Punkte auf dem Panzer gut zu erkennen sind. Ein weiteres wichtiges Merkmal sind hier bei den Brevi Manus die Fühler. Die äußeren Fühler sind nämlich sehr lang, sehr viel länger als die von anderen Landeinsiedlerkrebsarten. Ein weiteres typisches Merkmal neben den äußeren langen Fühlern ist die linke große Schere. Die Schere wirkt sehr viel runder und wuchtiger als bei anderen Landeinsiedlerkrebsarten und besitzt keine Strichmarkierungen. Die extrem langen Fühler kann man hier gut erkennen und auch die angesprochene linke Schere sieht man hier ganz deutlich. Man erkennt vor allem auch, wie kräftig die Landeinsiedlerkrebse damit zupacken können. Kommen wir nun zu einer etwas kleineren Landeinsiedlerkrebsart, dem Rugosus. Der ist nicht ganz so leicht von anderen Arten zu unterscheiden und wird häufig verwechselt. Die Augenfarbe von Rugosus ist eher hell bis dunkelbraun. Man kann hier auch gut die längliche, ovale Form der Augen erkennen. Ein weiteres typisches Merkmal ist das Rückenbild. Hier erkennt ihr gut das Muster auf dem Rücken, wie ein dunkler Kreis mit zwei Strichen. Man kann sagen, dass alle Rugosus dieses Rückenbild haben. Bei manchen ist es allerdings aufgrund der Farbgebung sehr schwach ausgeprägt. Die Augenstiele sind hell und körperfarben und eher v-förmig. Die Fühleransätze sind orange-braun. Die Fühlerspitzen sind etwas rötlicher. In den Augenstielen kann man auch gut dunkle Flecken erkennen. Es wirkt ein wenig so, als hätten die Augenstiele einen Knick. Ein weiteres typisches Merkmal von Rugosus sind die schwarzen Flecken seitlich am Körper. Hier unter den Augenstielen ganz gut zu erkennen. Die Flecken gehen manchmal bis über das erste Beinpaar. Der Rugosus ist allerdings kein typisches Merkmal nur von Rugosus. Auch andere Arten haben diese seitlichen schwarzen Flecken, zum Beispiel der Purporeus. Bei dieser Lekart hier gibt es sehr vielfältige Farbvarianten. Von beige-weiß über hell bis dunkelgrün, hellbraun, rötlich oder rosa. Es gibt auch Berichte, dass es ganz bunte Rugosus gibt. Ein weiteres sehr typisches Merkmal hier bei dem Rugosus sind die Strichmerkmale auf der linken großen Schere. Nur der Rugosus hat mindestens sieben solcher weißen Strichmerkmale. Ich zeige euch das gleich nochmal genauer. Was man hier gut seitlich am Körper des Krebses erkennen kann, sind die Kiemen. Insgesamt besitzen Landeinsiedlerkrebse 14 Paare davon. Dann hier nochmal eine kleine Zusammenfassung vom Rugosus. Die Augen länglich oval und eher braun. Hier auf der linken großen Schere erkennt man gut die sieben weißen Strichmerkmale. Dann hier das Rückenbild. Bei diesem Krebs nicht ganz so deutlich ausgeprägt, aber noch zu erkennen. Und hier die schwarzen Flecken seitlich am Körper. Wie gesagt, können manchmal bis über das erste Beinpaar gehen. Hier sehr schön zu erkennen die schwarzen Flecken im Augenstil. Ihr seht hier auch gut, was mit dem Knick im Augenstil gemeint ist. Und hier abschließend nochmal gut zu erkennen die weißen Strichmarkierungen auf der linken großen Schere. Das war es auch schon wieder von mir. Hat es euch gefallen, hat es euch nicht gefallen? Egal, gebt mir einen Daumen. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.